Nee! So, was ist jetzt hier? Bewegt meine Maus. Ach, ja. Ach, mein Zicklein. Ach, Hörner hast du auch. Das bist du. Ja, mit Hörnern. Ja, genau. Mir schmilt gleich der Kamm hier. So, und jetzt... Ich soll da rüberspringen bestimmt. Du darfst jetzt alles machen. Du bist jetzt in einer Welt, wo du alles machen darfst und das Ziel... Ja, ist? ...ist es in zehn Minuten so viel kaputt zu machen, wie du kannst. Oh. Es geht sozusagen darum, pures Chaos zu schaffen. Ja, meine Süße... Und die Zeit läuft... Meine Süße, mach mal die Melone hier kaputt. Trampel mal. Und wie krieg ich die? Einfach gegenlaufen, umstoßen... Ah, ja. Ja, meine Süße, mach mal hier Terror. Ach so, setz noch mal ganz schnell deine Kopfhörer auf. Noch mal ganz vergessen. Ach, Zicklein. Die Musik ist schon schön. Wie war das jetzt? W... A... D. Komm. Ja. Oh, was nur? Zurück. 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 Nochmal. Zack. Ja. Oh, was ist jetzt? Bin ich im Treppenhaus? Ne, jetzt geht wieder zurück. Du kannst mit der Kamera, also mit der Maus kannst du das Bild festlegen. Genau, dann siehst du das mal. Ja, dann müsstest du ja noch mal ein paar Köter liegen lassen. Ja. Ja. Blöde Ziege hier. Ja. Stoß um. Ne. Ne. Den nehmen wir auch noch mit. Zurück. Ja. Ja. Den. Oh, aber wo bin ich jetzt gelandet? Ja. Ja. Und jetzt. Ne, zu weit. Jetzt. Ja. Und jetzt. Ja. Kuckuck. Und nun? Ja. Warte mal, wir gehen mal die Treppe rauf, meine Kleine. Süße Maus. Komm mal her, nehmen wir eine dämliche Ziege. Warum geht das hier nicht? Na dann nehmen wir die Couch nochmal. Ja. Raus aus dem, da war doch eben ein Fenster. Ja. Jetzt springen wir mal aus dem, wie komme ich aus dem Fenster? Ja. Zurück. Zurück, 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 zurück. Warum sehe ich sie jetzt nicht mehr? Du musst nur die Maus drehen. Nur die Maus, die Maus. Genau. Ach, die Maus auch noch drehen. Ich sehe gar nichts mehr hier. Jetzt. Jetzt. Wo bin ich jetzt? Maus, 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 Maus. Na, da freust du dich, wenn du so ein Vieh in der Wohnung hast. Ich bin mal vom Ziegenbock angegriffen worden, weil ich dem eine Moorübe geben wollte. Und dann kam der mit seinen Hörnern. Das hat so wehgetan. Und wie hänge ich jetzt hier? Du musst dich wieder umdrehen. Ich höre nichts. Umdrehen, zur Tür gucken und dann wieder... Umdrehen und zur Tür gucken. Ich sehe nichts mehr. Ich habe den Kontakt zu meiner Zicke verloren. Jetzt haben wir so wieder. Und weh drücken. Ich verstehe kein Wort. Weh drücken und dann nach vorne laufen. Weh drücken und dann nach vorne laufen. Ne, da macht sie nichts. Macht sie nichts wie Unfug. Und die Maustasten drücken. Ich verstehe kein Wort. Die Maustasten drücken und dann rammst du dich da durch. Die ist irgendwie weg. Warte, ich helfe dir mal ganz kurz. Ja, bitte. Du bist da wirklich ein bisschen eingekeilt. Ich habe mich da irgendwie eingekeilt. Kannst du mir mal sagen, warum man Spaß macht, wenn die alles kaputt macht? Ja, das ist der Spaßfaktor. Ja, was ist mit mir los? Ich bin auf einem Zerstörungstrip. Hier kannst du Aggressivitäten abbauen. Ränder. Dann bin ich schon wieder in dieser verflixten Kammer. Da will ich aber nicht rein. So. So. Und jetzt will ich nach rechts. Ne, ne. Ja, nein. Ah, ja. Gehen wir mal. Fahren wir mal in die Küche. Los, meine Sonne. Machen wir mal. Machen wir mal schnell den Abwasch. Ja, jetzt. Ne, ist ja nicht die. Warum geht das nicht? So, jetzt. Sturm nach vorne. Was hat die denn da am Kopf? Die schlenkert da so. Na, irgendwas stimmt mit der Zicke nicht. Hat die Durst? Wenn du die Maustaste drückst, den Zeigefinger, dann kannst du so mit dem Kopf Sachen wegschubsen. Genau. Muss aber weiter laufen. Geht mal nach links. Nach links. Das wird dir heute nicht. Und, komm ich da durch? Die Maus, die Maus bedienen. Die Maus bedienen. Ja, nach links. Oder so. Das kommt davon, weil wir so viel Ungefug gemacht haben. Meine Sonne, ich kann dir nicht mehr helfen. Komm mal runter. Komm mal runter die Treppe. Das wird hier nichts. Hier, da geben wir uns Mama nicht mit ab. Nee. So, noch weiter zurück. Und jetzt hier gucken. Nee. Ich glaube, ich gebe das auf. Das ist nichts mit der Zerstörungswut, die wir beide haben hier. Wie dusselig. Ich mich anziege. Jetzt bin ich die alte Zeige hier. Weil ich das nicht kann. Warte mal ganz kurz. Ich schiebe dich mal kurz wieder hier raus. Ja, schiebe mich mal raus. Guck mal, da. Ja, da will ich hin. Da will ich wieder raus. Genau. Das war nach vorne. Vor. So. Ja, wir gehen wieder in den Garten. Ach, Gott sei Dank. Komm, wollen wir uns mal das Auto nehmen? Das Auto? Wollen wir mal das Auto kaputt machen? Komm. So, meine Sonne jetzt nach vorne. Jawohl. Warum habe ich Freude daran, jetzt was zu zerstören? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe mich nicht mehr. So, jetzt Richtung vorne. Jetzt nehmen wir den Turm da. Den Aussichtsturm nehmen wir jetzt. So. Ja. Ein bisschen drüber. Oh. Was war denn das jetzt? Das Auto haben wir jetzt schon zerstört. Ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Spielzeug ist. Jetzt hinein. Jawohl. Trambol. Nee. Hat sie sich eingestoßen. Du musst jetzt aufspringen mit der Leertaste. Mit der Leertaste. Ah, ja. Ah. Trambolin. Bin ich schon drauf? Und wieder nach vorne. Ja, und jetzt springen. Und nach vorne. Nee, ist das, was ist denn das für ein Spiel? Auweia. Ja. Rennen die Blunden. Und was ist das? Das sieht ja auch sehr harmonisch aus. Da, was da ist ein Tank. Auweia. Was ist denn das? Ein Wassertank oder ein Benzintank? Wir werden es gleich haben. Ah. Wusste ich doch. Irgend so eine Schweinerei. Wusste ich doch. Und da ist noch eine Zicke da hinten. Was ist denn das? Guck mal, da ist was zum Kuscheln. Da gehen wir mal jetzt hin. Ganz langsam. So. Jetzt gehen wir mal. Was bist du? Bist du ein Pferd? Oder wann bist du? Ach nee. 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 Ich kau ab. Du hast noch eine Minute 30. Noch eine Minute. Oh, hier ist noch ein Turm. So viel Kars machen wie möglich. Ja, ja. Das sagst du so. Jetzt mal ran an den Turm. Nee? Ich glaube, den Turm kannst du nicht so einstürzen. Den kann ich nicht. Na, dann nehme ich mir das nächste. Dann nehme ich mir das nächste feindliche Bild hier. Oh. Jawohl. Maustanz drücken. Was kann ich? Die Maustaste musst du dagegen. Ja. Nee. Zerstörung. Mensch, wenn du das spielst, denkst du, du kannst zu Hause auch alles zertrümmern. Wenn du mal schlechte Laune hast. Geht nicht. Ich fahre. Geh mal wieder zurück. Ach. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Meine Sonne. Hau mal noch mal gegen die Brücke. Was passiert denn da? Wenn man da mal nach hinten bleibt, dann passiert gar nichts. Da ist gar kein Ding. Da kommt zurück, meine Süße. Meine Süße kommt zurück. Das wird nichts mehr hier mit uns beiden. So, letzten 30 Sekunden. Ja, ist nix, ist nix, ist nix hier. Ich muss zurück. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas, was wir kaputt machen können. Hier können wir nochmal vorstürmen. So, zack, bumm. Nein. Wieder zurück. Und nochmal Anlauf. Und rutschti-butchti. Nee. Ach, meine Zicke. Jetzt ist hier noch mit der Zerstörung. Warte mal, den, den, den. Jetzt mal vorne nochmal in die Büsche. Und er hier? Wie kann ich mich hier drehen? Die Maus bewegen. Die Maus bewegen. Nee. Nee, es wird nix mehr. Ja, vielleicht kann ich noch einen starten hier. Nee, wird nix mehr. Wird nix mehr. Wird nix mehr. Erlöst mich. Okay. Von diesem Spiel. Ach. Sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Ja, wie findest du das Spiel? Anfangs gut. Und dann, wenn ich sehe, was diese Zicke alles anrichtet. Erst hat man ja sogar Spaß daran, wenn die zerstört. Aber wenn denn das Gehirn einsetzt und du merkst, was du da anrichtest. Doch, ist ja nur ein Spiel. Ja, ja. Ja, ja. Sind schon eigenartige Spiele. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.